Mach mit beim Sommerlese-Club! Es geht darum, dass du ein Buch liest und es dann bewertest. Alles, was du brauchst, steckt in dieser Karte. Hey, ich mache gerade eine Buchbewertung per Handykamera. Man kann aber auch einen Bewertungsbogen ausfüllen, wie ich es gerade mache. Das ist die Sommerlese-Club-Karte. Mit drei Stempeln in deiner Sommerlese-Club-Karte bekommst du ein Geschenk von uns. Yay! Ich habe 15 Stempel. Wie viele hast du? 20. Also habe ich mehr als du bist. Du hast voll wenige Bücher gelesen. Ich habe mehr als du. Du bist vollgemacht. Hey, ich habe trotzdem mehr. Stopp! Jeder darf so viele Bücher lesen, wie er will. Du darfst an sieben bis 13 Jahren mitmachen. Schriftliche Bewertungsbögen kannst du in jeder Büchereizweigstelle abgeben. Videos bitte hochladen. Und zwar auf www.sommerlese-Club.at Also mach mit beim Sommerlese-Club! es geht um 20-year-old an. Also mach mit beim Sommerlese-Club! Bei Korle-Club! Wenn du Master Edelowid advisigst! Untertitelung des ZDF, 2020